... ein Vlog von mir. Ich dachte, ich mache mal so ein bisschen Semesterferienvlog. Wir haben heute Sonntag, ich mache mich gerade fertig. Und falls ihr mich noch nicht kennt, ich glaube, ich sage es jetzt einfach mal vorneweg bei jedem Video. Mein Name ist Anne, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere International Management. Ich mache halt eben Videos zu meinem Studium, über mein Studium, aber auch einfach so über mein Leben. Und das Ganze mache ich schon seitdem ich 16 bin, also seitdem ich in den USA war und da mein Auslandsjahr gemacht habe. Das ist jetzt mittlerweile schon vier Jahre her, dass ich dahin geflogen bin. Ich habe das letztens realisiert und ich habe da auch ein Video auf Instagram zu gepostet. Und ich dachte so, oh mein Gott, ob das einfach schon vier Jahre her ist. Ich mache mich jetzt gerade fertig, weil ich gleich noch ein Video filmen möchte. Ich habe heute Morgen schon ein bisschen gelesen und ich lese im Moment ein Buch auf Spanisch. Falls ihr das kennt, die Gen-Reihe von Mona Kasten, nur halt auf Spanisch. Ich habe die, glaube ich, schon so dreimal auf Deutsch gelesen, weil ich unter anderem auf Spanisch studiere. Also im Moment lerne ich noch Spanisch im Studium, aber irgendwann habe ich, glaube ich, auch Vorlesungen auf Spanisch. Also ich könnte Kurse wählen, die auf Spanisch sind, soweit ich weiß. Ja, ansonsten arbeite ich in der Eisdiele und mache mich dafür gerade fertig. Also nicht nur dafür, ich will auch noch ein paar TikToks drehen und halt eben, wie gesagt, dieses Video. Aber ich muss nachher auch noch arbeiten. Wir haben jetzt gerade, ja, 20 nach 11 und ich bin um 13 Uhr eingeteilt. Also habe ich jetzt auch nicht mehr ganz so viel Zeit zum Video drehen, aber naja, wird schon. Der Vlog hier online kommt. Vielleicht kann ich das euch mal unten verlinken oder hier oben irgendwo. Ich ziehe mich da jetzt noch kurz an, beziehungsweise ich ziehe mir noch ein Oberteil an und dann werde ich erst mal das Video filmen. So, Video ist gefilmt und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Arbeit. Es ist absolut warm heute, deswegen habe ich diese lockere Hose an. Ich habe auch eben gerade noch ein paar TikToks gefilmt und jetzt geht es los. Work, work, work. Wir haben heute Montag. Wie sollte es anders sein? Ich mache mich gerade schon wieder fertig für die Arbeit. Ich stehe gerade auf einer Faszienrolle. Mal gucken, wie lange sie das durchhält. Ja, und ich kann nichts sehen, weil meine Kontaktdense ist dann kaputt gegangen, meine eine. Das war meine letzte aus der Packung. Das heißt, ich muss morgen irgendwie mal los mit Neule besorgen. Diese Creme ist irgendwie auch zu dunkel, oder? Ich sehe halt aber nichts. Boah, ey, wenn ich gleich auf der Arbeit bin, ich muss erstmal irgendwie einen Kaffee trinken, glaube ich. Das ist, I need caffeine. Ich arbeite jetzt bis Mittwoch auf jeden Fall erstmal. Ich habe das Wochenende übergearbeitet. Jetzt ist Montag. Jetzt arbeite ich Montag, die Zeit ist Mittwoch. Also Donnerstagabend fahre ich über Nacht mit dem Flixbus nach München. Ich habe da gestern schon ein bisschen meine Outfits für geplant. Ansonsten setze ich jetzt mal meine Brille auf, damit ich was sehen kann. Ähm, esse erstmal was und dann geht's ab zur Arbeit. Ich habe Hunger. Ich habe heute hart gearbeitet. Ja, ich meine es ernst. Hart gearbeitet, Alter. Ich bin gerade auf dem Weg zu Viermann, beziehungsweise noch nicht so ganz. Fahr gleich los zu Viermann, weil ich noch ein paar Sachen brauche für München halt. Und meine Kontaktlinsen sind kaputt gegangen, deswegen muss ich halt zu Viermann, um mir neue zu kaufen. Das ist halt aber irgendwie immer so eine halbe Stunde Fahrerei dahin und dann wieder eine halbe Stunde zurück, weil bei mir in der Nähe halt kein Viermann ist. Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte sie auch einfach in Flensburg holen können, aber ich habe da letztens nicht dran gedacht, als ich in Flensburg war. Und danach gehe ich halt noch kurz zu Rossmann. Wir haben jetzt 11.30 Uhr circa und ich habe heute noch nichts gemacht, weil ich endlich mal ausgeschlafen habe. Und dann würde ich mal sagen, let's go. Ich mache mir hier irgendwie einen Podcast an oder so. Die Gürze sind secured. Secured? Secured? Warte, wie amerikanisch kann man was aussprechen? Also meine Kontaktlinsen. Ähm, ja. Ich bin jetzt wieder 70 Euro ärmer. Lieben wir! Ich habe echt Hunger. Ich habe ja noch nichts gegessen heute. Ähm, ja. Das heißt, ich glaube, ich werde mir bei Rossmann gleich auch erstmal irgendwie eine Kleinigkeit holen. Dann gibt es zu Hause auch schon Mittagessen. Ich bin eben gerade schon bei einem Italiener vorbeigelaufen und das Essen sah so geil aus. Die hatten auch so Mittagstisch-Sachen ausgeliehen. Ich weiß, oh mein Gott. Jetzt ein Döner oder halt nicht unbedingt ein Döner, aber irgendwie dann eine Pizza oder so. Wäre jetzt schon geil gewesen. Aber es gibt zu Hause Essen und ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil ich ja um 14 Uhr arbeiten muss. Obwohl, vielleicht könnte ich noch kurz so wieder rein und irgendwie ein paar Snacks für die Fahrt besorgen, weil ich fahre ja ziemlich lange. Ich fahre ja 13 Stunden, glaube ich. Das ist halt schon relativ viel. So, wir kommen in München. Hallo, Friends. Es ist schon 23 Uhr 38 und wahrscheinlich sollte ich lieber schlafen, weil ich jetzt mein Zimmer aufzuräumen und umzustellen. Aber ich möchte das endlich machen, weil ich das irgendwie schon ein bisschen länger vor mir her schiebe. Denn ich habe endlich mal wieder Lust, hier ein bisschen was zu beenden. Das steht jetzt nämlich schon vor lange so. Und zwar steht mein Bett ja jetzt die ganze Zeit da und ich hätte es aber jetzt irgendwie gerne halt so in dieser Richtung. Dann kommt da der große Spiegel hin, die Kommode. Wahrscheinlich da in die Ecke und dann der Schreibtisch irgendwie so ein bisschen vor das Fenster quasi, dass ich da so ein bisschen rausgucken kann. Das ist ja nur so ein kleiner. Deswegen, ja. Ich werde mal schauen, ob ich das so hinkriege. Unter meinem Bett habe ich nämlich noch richtig viele Sachen. Und das ist eigentlich immer das, was mich so ein bisschen vom Umstellen abhält, dass diese ganzen Sachen dann da raus müssen. Aber das mache ich jetzt einfach mal ab. Ich nehme jetzt jetzt in Angriff, auch wenn ich schon ein bisschen müde bin. Aber wir schaffen es heute Abend noch. Ich habe hier jetzt gerade beschlossen, dass ich meine ganzen alten Französisch- und Spanischbücher wegschmeiße. Und es tut mir ein bisschen weh, weil ich habe gerne Französisch und Spanisch in der Schule gehabt. Aber ich weiß nicht ganz genau, dass ich da nie wieder reingucken werde. Ich weiß nicht ganz genau, dass ich da nie wieder reingucken werde. Es ist Dienstag und ich werde euch auf jeden Fall gleich nochmal zeigen, wie mein Zimmer aussieht. Ich bin jetzt aber gleich erstmal auf dem Weg noch zur Arbeit. Ich habe heute Morgen noch so ein bisschen, ja, meine Budget-Exit-Tabelle gemacht. Das mache ich nämlich immer so am Ende des Monats. Das habe ich jetzt eben gerade erledigt. Dann werde ich jetzt gleich nochmal zur Arbeit laufen. Ich kombiniere das einfach direkt mit so einem Hot Girl Walk, weil ich da noch kurz was für TikTok machen muss. Ich werde da wahrscheinlich einfach nur irgendwie fünf Minuten was posten und dann wieder abziehen. Und ich höre einfach nebenbei meinen Podcast. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier unbedingt als Outfit bezeichnet. Ich habe halt eine Jeans und eine Bluse an. Also die passt nicht mehr so richtig und sie ist halt low waist. Das heißt, ich müsste eigentlich mal neue Jeans mir besorgen. Ich wollte heute Abend nochmal bei H&M gucken, ob ich mir irgendwie mal wieder was bei H&M bestelle. Und ich wollte auch vielleicht langsam mal nach einer Winterjacke gucken. Wir haben zwar erst August, aber ich bin schon so ein bisschen in Herzstimmung, bin ich ehrlich. Und dann habe ich auf jeden Fall eine Winterjacke, weil letztes Jahr wollte ich mir auch schon eine kaufen. Und dann meinte ich so, nee, die reicht noch ein Jahr. Und ich sehe schon, wie ich mir dieses Jahr auch wieder einrede so, ja, sie reicht noch ein Jahr. Und eigentlich hätte ich schon ganz gerne eine neue, weil ich die jetzt glaube ich auch schon seit den USA habe. Also seit dem Sommer, äh seit dem Winter, als ich aus den USA gekommen bin. Ich habe gestern noch meine Vinted Bestellungen alle, also noch nicht meine Bestellungen. Ich habe erstmal alles auf Vinted reingestellt und habe tatsächlich sogar schon ein paar Bestellungen bekommen. Finde ich sehr cool. Ähm, das werde ich jetzt wahrscheinlich nächsten Tag mal losschicken. Ich habe auch gestern noch einen Kuchen für meinen Patenonkel gebacken. Der war nämlich zu Besuch und bin danach zum Training gegangen, vom Tanzen. Jetzt habe ich mir gerade Frühstück gemacht. Ich habe einmal einen Kaffee mit Karamell und, ähm, einmal so Bier ein. Dabei lade ich jetzt gerade gleich das Video hoch, wenn das hier lädt. Irgendwie, weil ich schon meinen Laptop gerade nicht so, hehehe. Das Video habe ich hochgeladen und jetzt gehe ich gleich zur Arbeit. Also in ungefähr, ja, eine halbe Stunde, keine Ahnung. Ich habe irgendwie mein Vollproblem mit meinen Kontaktdänsen. Also wenn sie erstmal drin sind, ist das kein Problem. Aber ich kriege die irgendwie nicht rein im Moment. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe da normalerweise eigentlich gar nicht so viele Probleme mit. Aber seit neuestem ist das irgendwie ein bisschen komisch. Also falls ihr da irgendwelche Tipps habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da ein bisschen lost. Das Wetter ist heute auch echt gut eigentlich. Und ich mache mich jetzt mal gerade hier fertig. In meinem neuen Schreibtisch. Also nicht mein neuer Schreibtisch, aber so in meiner neuen Schreibtisch-Area. Und das ist hier doch echt richtig gut vom Licht her. Ich bin surprised. Also ja nicht surprised, das ist halt direkt vom Fenster, ne? Aber ich höre gerade die ganze Zeit noch das Hörbuch von Lely Lucas. Oder Lely Lucas, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird. New Horizons. Das ist jetzt der vierte Teil von der Green Valley-Reihe. Ich habe die anderen drei tatsächlich auch schon gehört, so in den letzten zwei Wochen. Ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut. Also ich mag so die Charaktere. Und ich mag so dieses Green Valley und so ein richtiger Comfort-Place irgendwie. Aber manchmal finde ich irgendwie so die Storylines ein bisschen... Also ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mehr. Vielleicht kommt es auch, weil ich das höre. Aber ich finde irgendwie, das ist so ein bisschen out of the blue, dass die sich dann auf einmal ineinander verlieben. Man weiß ja dann eigentlich schon immer am Anfang, wer dann da jetzt irgendwie am Ende zusammenkommt. Aber es ist dann irgendwie für mich manchmal so ein bisschen so, okay, auf einmal küssen sie mich, wie ist das passiert. Aber das könnte vielleicht auch daran liegen, dass ich halt einfach das mit dem Hörbuch hören. Dann geht es ja meistens ein bisschen schneller, als wenn man es liest. Ich will nicht spoilern oder so, aber ich finde am Ende ist immer so das ein bisschen gleich. Ich gehe jetzt mal raus, werde jetzt mal was essen. Ich bin gespannt, was es heute gibt. Dann geht es für mich gleich etwas weit. Wir haben jetzt neue Eröffnungszeiten. Und haben jetzt nur noch von 13 bis 18.30 Uhr, weil ja die Saison quasi schon ein bisschen vorbei ist. und ich bin mal gespannt, dass heute der erste Tag, an dem ich arbeite, dass es von 13 bis 18.30 Uhr ist. Also mal schauen. So, wir sehen uns bestimmt später nochmal. Das ist so. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, bin ich von der Arbeit wieder da. Heute ganz entspannt. Nur sechs Stunden. Ich habe eben gerade noch mein Zimmer aufgeräumt und Sport gemacht. Falls ihr das seht. Ich habe auch hier mein Make-up mal so ein bisschen hübsch hergerichtet. Was heißt hübsch hergerichtet? Ich habe dann einfach dieses Ding von Ikea gestellt. Einfach mal ein bisschen aufgeräumt hier. Jetzt wollte ich gleich noch ein bisschen Hörbuch hören und meine Nägel neu machen, weil die haben ein bisschen gelitten. Mal schauen, ob ich noch was lesen werde dann. Ich muss auf jeden Fall, oder ich werde aber auf jeden Fall auch nochmal einen Titus von Maul schreiben. Also, naja, let's go. Also, ich werde jetzt noch ein bisschen Hörbuch hören.